Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Die Siedler, das Erbe der Könige Yes Es geht weiter und gestern Tut mir leid wegen gestern, ich war Total durch den Wind Ich war ja zu Hause geblieben Weil ich krank war Und ich hab dennoch ein Video aufgenommen Und Naja Ich war halt etwas Durch den Wind, sozusagen So, wo seid ihr denn? Dario? Da seid ihr Ja, gern Ja, so gut ich kann So Kann ich Konstruktion erforschen? Natürlich nicht Naja Schaut euch das an Sie zerstören meinen schönen Markt Nur weil ich gerade meine Steuern nicht zahlen kann Ich glaube Sie wollen ihn komplett zerstören Dabei brauchen sie mich Diese verdammte Bürokratie Könnt ihr mir helfen? Aber sie wollen mir nicht erlauben Wieder einen Markt zu bauen Ohne dass ich meine Schulden bezahlt habe Okay Neuer Auftrag für uns Es beginnt zu regnen Jungs, ihr stellt euch schon mal Oh Mädels Wie ihr? Ähm, ihr stellt euch schon mal hier hin Jetzt muss ich erstmal gucken Ja, das hier ist jetzt unsere Hauptquest Aber das sind jetzt die Nebenquesten Die Hauptquesten sind immer etwas dunkler unterlegt als die Nebenquesten Ne, 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 ne Okay, ich brauche Handelswesen und Bildung Und wie viel Tausend für Wundert, sag mal Boah Alter ey, das geht doch nicht Da muss ich ja noch mehr Bürokratie hier aufbauen Äh, Wirtschaft Jetzt fange ich auch schon mit dieser beschissenen Bürokratie an Moment Du da Leibi Ja, ja Gehst mal weiter Och Mann, warum muss es jetzt so oft regnen, ey Naja, ich reg mich jetzt nicht mehr über Regen auf Bisschen nur was Nasses, das auf deinen Kopf tropft Oh, ein Siedlungsplatz Wow, geil Habe ich bis jetzt noch gar nicht bemerkt Ehrlich, den habe ich noch nie gefunden Oh, hier ist was Oder? Ist da was? Nein, da ist gar nichts Okay, hier ist die Karte zündet So Oh, ein Wolf, süß Ja, Wölfe werden uns In einem Add-on Wird erledigt Sehr viele Probleme bereiten Sag ich mal so Ja, ja Diese Leibeigenen Die haben schon lustigen bayerischen Dialekt Abyssal Wo läuft der denn hin? Und nein, ich werde nicht Keinen bayerischen Akzent oder so machen Dialekt Weil ich es nicht kann Ich sehe nichts Hier ist gar nichts mehr Ach, wie billig Na gut, dann Gehst du hier hin Genau dahin Okay Die Sonne kehrt zurück Es wird Sommer So Bitte hilf mir Mein Meister wurde von Räubern Gefangen genommen Bitte sucht die Räuber Und verhandelt mit ihnen Über die Freilassung Meines Meisters Mich würden sie nur auslachen Okay Findet ihr einen Führer Es ist Zahltag Haltet euren Geldbeutel bereit Ich glaube 500 Taler wollen die Das sind die Entführer Die sind noch Neutral Wo bist du? Da Natürlich Natürlich geht meine Tastatur wieder nicht Jetzt geht sie wieder Noch ein Eisenschacht Ey, das ist unfair Ich möchte endlich Dass der Eisenschacht Aufgedeckt wird Aber wie gesagt Dazu brauchen wir Die Hilfe eines Sprengmeisters Und da wir keinen Sprengmeister In unseren Diensten haben Na gut So Leute Ja, mein Herr Wir werden uns mit den Kerlen Mal verhandeln Mal schauen Was sie sagen Ja Wir halten einen Händler gefangen Ihr möchtet den stinkenden Händler haben? 1000 Gebt uns 1000 Taler Und er ist euer Wenn ihr nicht bezahlen wollt Habt ihr 20 Sekunden Um das Lager zu verlassen, oder? Weg hier Selbstverständlich Ja, gern Na supi Gehen wir erstmal zurück Jungs und Mädels Jawohl So, was könnt ihr denn jetzt bauen? Ach ja, genau Eine Ziegelhütte Ausbauen Und Ziegelhütte hin klatschen So Äh, das war jetzt Keine gute Idee Denn ihr müsst ja noch Einen Bauernhof bauen Und ich hätte vielleicht doch zuerst Eine Sägemühle bauen sollen Keine Angst, mein Lieber Oh Schwarze bayerische Flaggen Die haben sogar Flaggen hier Hier ist ein Schatztor Die möchte ich haben Keine Angst, mein Lieber Wir befreien dich Moment Sind die jetzt feindlich? Ja Die sind feindlich Hallo Komm mal in den Bildausschnitt Ich möchte mal was ausprobieren Ja Ja Oh na supi Ja ist gut Hm Danach könnt ihr die Ziegelhütte bauen Und dann Es ist sehr, sehr kompliziert Eins, zwei, drei Vier Ja Wir müssen halt damit leben Ich hab getan, was ihr wolltet Fuck So fast Fuck Ich hab's falsch gemacht Ihr braucht mehr Holz vor der Hütte Ihr braucht mehr Holz vor der Hütte Ich mein, wer sagt das heute noch zu Tage? Ja Ja Ja, das sieht er Den auch Und das auch Oh mein Gott Also zuerst mal die Sägemühle Ich brauch langsam mal wieder Kohle So Bitte, bitte, bitte Ich hab getan, was wir wollen Ein Sägewerken beginnt mit der Arbeit Yes Sie haben alle was Alle was davon Eins, zwei, drei, vier Jetzt brauch ich wieder Holz Bis ich das kleine Wohnhaus bauen kann It's complicated Wenn meine Maus mitspielen würde Ich müsste auch langsam mal Bildung bauen Oder Wehrpflicht Wehrpflicht ist nämlich auch wichtig Oh, ist der Fähre? Da ist der Fähre 150 Nee, Alchemie war ich noch nicht Architektur Würde unsere Ähm Geschichtslehrerin letztes Jahr sagen Architektur Aber Naja Ich will sie jetzt nicht Ähm Bleidigen oder so Ich mag die Frau anders Sie ist halt anders Anders als die anderen Hey, jetzt soll mal aufhören Ja Mensch Blub, blub Ich bin fertig So, jetzt kommen die Ziegenhütte Abend machen Bitte mach mal hinne hier Gut Gut Ja, die Gebäude machen auch Geräusche Wenn man sie lange anklickt Das da macht irgendwie eine aufgehende Tür oder so Yes Ein Lehmarbeiter beginnt seine Arbeit So, da lach Nichts lieber als das Nö, 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 nö Bildung brauch ich, Leute Oder zuerst Zahnrad Ja, die kann ich sogar schon ausbauen Nur ich hab da jetzt keinen Stein mehr Na, supi Stein ist wohl ziemlich Äh, knapp Vorher war schon Wefel knapp Jetzt ist es Stein oder was Und Eisen bräuchte ich auch Ach, scheiße Ich brauch doch Taler Oh, man Ja, ich hab was falsch gemacht Na, und? Ist das nicht wundervoll hier? Vereil dich mal, du blöder Sägewerker La, 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 la Und weiter Noch weiter Immer das gleiche Dass die nicht irgendwann Äh, Nervenzusammenbruch kriegen oder so Kann ich? Kann ich Nur mach ich noch nicht Man kann nämlich, ähm Solche Zielgebäude bauen Damit die Motivation der Arbeiter sich erhöht Hier Nämlich zum Beispiel Blümchen Ähm, doch, ich baue mal Blümchen Und zwar genau hier Mit jeder erforschten Technologie Gibt's ein Gebäude Also ein Zielgebäude Das man bauen kann Ui Festung So, und jetzt hab ich Ja, ja Plus zwei Motivation bekommen Und hier Gut, dann gibt's da nichts mehr zu holen Kommt mal alle mit ihr vier Ihr hackt mal jetzt schön die 2000 Steine hier ab Das dürfte sie eine Weile beschäftigen Forschung abgeschlossen Gut, jetzt hab ich die Wehrpflicht Ähm Fuck Ihr braucht mehr Holz Ihr braucht mehr Holz vor der Hütte Ach, halt die Klappe So Ich glaube Stehendes Heer werde ich dann noch nicht erforschen Erst wenn ich, ähm Den Händler befreit hab Weil das mach ich nämlich zuerst Zuerst die Räuber hier zufriedenstellen Ach, warum hab ich noch so wenig? Manu Manu Das kann wieder dauern Ja, ähm Wegen dem Wegen dem Sprengmeister Sind 2000 Steine schon wieder Ne, wegen diesen Zugeschütteten Eisenschächten Das wird uns später noch erklärt Das, ähm Kommt alles noch Da gibt's nämlich einen Kerl Den lernen wir auf dieser Karte noch kennen Der ist ein Sprengmeister Der ist wirklich ein Sprengmeister Und Ja, der hilft uns dann Aber Den treffen wir erst später Zu einem Anderen Zeitpunkt Ich sollte auch mal Eisen abbauen lassen Ach Mist Nein Jetzt noch nicht Stein Taler Äh Äh Das mach ich erst gleich Ein Lager kann ich jetzt noch nicht bauen Aber Ich warte bis ich 400 Steine hab Und dann baue ich eine Steinmetzhütte Und mit diesen Worten beende ich nun das Video Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal Über Let's Play Die Siedler das Erbe der Könige Also bis dann Tschüss Die Siedler das Erbe der Könige Und dann